Die wichtigen und wertvollen Momente im Leben verbringen wir mit unserer Familie. Unser Wunsch nach gesunden Lebensmitteln und einer intakten Umwelt beeinflusst unseren Ernährungsstil sowie die Nachfrage nach Milchprodukten. Wir von Jusera kennen den steigenden Druck des Milchmarkts, mit denen sich die Landwirte tagtäglich auseinandersetzen müssen. Ihre Bedürfnisse sind unsere Inspiration. Organische Spurenelemente als Standard, Keragen für gesunde Klauen und Euter, geschützte B-Vitamine und pansengeschütztes Selen, bioaktive Inhaltsstoffe für ein intaktes Immunsystem, wir haben es geschafft. Unsere Vision ist Wirklichkeit geworden. Die Nutrigenomik ermöglicht die Verwendung bioaktiver Zellbestandteile auf zellulärer Ebene. Dies beinhaltet den positiven Einfluss auf die Abwehrkraft und Leistungsfähigkeit der Kühe. Durch Forschung und moderne Technologie haben wir unser Wirkstoffpaket Nutribiotik aus den bioaktiven Substanzen dreier Pflanzenarten entwickelt. Magnolie, Federmohn und Hopfen. In einem gesunden Darm werden die Nährstoffe in den Zellen der Darmwand aufgespalten und gelangen so in die Blutbahn. Pathogene dagegen werden von der Darmschleimhaut zurückgehalten und ausgeschieden. Stressfaktoren wie Hitze, Schimmel, Bakterien oder Viren können die Darmintegrität schädigen. Die Darmwand wird durchlässig. Pathogene und unvollständig verdaute Nahrungsbestandteile gelangen in die Blutbahn und führen zu einer Immunreaktion. Die Folgen sind eine schlechtere Verdauung, verminderte Nährstoffabsorption, erhöhte Krankheitsanfälligkeit sowie Energieverluste. In schweren Fällen kommt es zum Leaky Gut Syndrom, was unter Umständen zum Totalverlust führt. Die Aufnahme von Nutribiotik stärkt die Darmintegrität, unterstützt die Nährstoffabsorption und trägt so zur Gesundheit und höheren Leistung der Kühe bei. Juseras neues Mineralfutter mit Nutribiotik bietet die Chance für eine gesündere Herde und höhere Milchproduktion. Das gesunde Wirkstoffpaket Nutribiotik. Keragen Long Life, das Geheimnis für langlebige Kühe, erhöhte Gehalte an Vitamin E und Magnesium. Nutri-Effekt – unsere Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft.